Also erstens möchte ich Ihnen sagen, ich gehe davon aus, dass wir also richtig liegen, weil auch Deutschland diesen Beschluss, den wir im Bereich der Tiertransporte gefasst haben, mitgetragen hat. Darüber hinaus darf ich Ihnen auch sagen, dass wir mit unserer Lösung ja nicht nur die Straßentransporte und auch nicht nur die Schlachttiere, sondern alle Tiere und alle Transportarten erfassen, also auch Bahn- und Schifftransporte. Und schließlich möchte ich Sie auch aufmerksam machen, dass wir mit dieser Lösung vor allem auch erreichen, dass ein Incentive gesetzt wird, dass die Transportfirmen sich entsprechend mit Fahrzeugen ausstatten, mit denen Sie in der Zukunft in der Lage sind, noch tiergerechter zu transportieren.